Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Erdbeben in Taiwan. Mindestens neun Menschen kamen laut Behörden ums Leben. Es gab mehr als 800 Verletzte. Es ist offenbar das stärkste Beben seit 25 Jahren. Verschiedene Messungen ergaben eine Stärke von 7,2 bis 7,7. Tsunami-Warnungen wurden inzwischen wieder aufgehoben. US-Präsident Biden kritisiert Israel. Biden warf die Regierung von Premierminister Netanyahu vor, nicht genug getan zu haben, um Hilfskräfte im Gazastreifen zu schützen. Am Montag waren bei einem israelischen Luftangriff sieben Mitglieder der Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet worden. Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Generalsekretär Stoltenberg drängte die Verbündeten zur dauerhaften Unterstützung der Ukraine. Er stug einen Ukraine-Hilfsfonds von 100 Mrd. Euro für 5 Jahre vor. Waffenlieferungen an Kiew sollten zudem künftig durch das Bündnis selbst, statt durch die USA koordiniert werden, forderte Stoltenberg. Ukraine senkt Alter für Reservisten. Künftig können jüngere Ukrainer zum Kriegsdienst eingezogen werden als bislang. Die Altersschwelle wurde von 27 auf 25 Jahre gesenkt. Präsident Zelensky unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz. Gut 400.000 junge Männer in diesem Alter sind theoretisch von der Regelung betroffen. Benediktinermönch Nuttgar Wolf ist tot. Der frühere Abprimas starb im Alter von 83 Jahren, wie sein Kloster St. Ottilien mitteilte. Wolf war von 2000 bis 2016 Chef des Benediktinerordens. Bekannt wurde er auch durch seine unkonventionelle Art wie seine Auftritte als rockender Abt. Das Wetter morgen von Westen her teils kräftiger Regen. Am Nachmittag bis in die Mitte Übergang zu Schauern und örtlichen Gewittern mit der Gefahr von Sturmböen. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.